Hallo, mein Name ist Sibylle Bach. Seit über fünf Jahren bin ich selbstständige Kräuterpädagogin hier in Berlin-Spandau. Meine Angebote richten sich an Erwachsene und auch an Kindern, denen ich unsere heimische Pflanzenwelt wieder ein bisschen näher bringen möchte. Jedes Jahr freue ich mich, Kräuterinteressierte mit auf eine Kräuterreise zu nehmen, bei der wir zusammen sammeln und verköstigen und verarbeiten. Und das Ganze wird unterlegt mit Entspannungsübungen. Und wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf meiner Internetseite nach. Ich freue mich, dich bei meinen Angeboten begrüßen zu dürfen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!